Ich finde, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das haben wir, glaube ich, mal in unserer noch damaligen Coach-to-Coach-Sessions im Sport, glaube ich, gehört, dass es ja diese, also nur um diese Schwierigkeit, was ja auch Jocko immer diese Dichotomy of Leadership nennt, also einfach diese Balance des Ganzen zu finden, nämlich quasi Stärken, Stärken und Schwächen versuchen quasi auszumerzen, wenn man das jetzt sehr, sehr grob sagt. Und das deckt für mich viel von dem ab, was du jetzt erwähnt hast, nämlich, dass es weder das eine noch das andere ganz schlecht oder ganz zu verurteilen, weil klar ist es wichtig, eine Aufmerksamkeit zu haben oder halt ein Bewusstsein dafür zu haben, wo man Schwächen hat, aber sehr wohl ist das, was quasi dann, wie du gesagt hast, einen voranbringt als Team, das, was die Menschen gut können. Sprich, ich muss ja die Stärken dann trotzdem auch weiter supporten und kann natürlich nebenbei noch die Schwächen versuchen irgendwie auszugleichen, aber es muss immer beides sein, also ich kann nicht, wie du sagst, nur auf den Schwächen rumreiten, weil dann wären wir eigentlich bei dieser Moralfrage, die du gesagt hast, dass ja, wenn ich halt nur ein schlechtes Feedback auf einer gewissen Ebene bekomme, ja, es wird irgendwann mal in einer schlechten Stimmung enden. Andererseits geht das andere auch nicht, also wenn ich nur auf die positiven Dinge herumreite sozusagen, dann weiß ich auch nicht, wo ich diese Feinjustierungen vornehmen kann, dass das Team wirklich besser funktioniert. Und jetzt geht das andere auch nicht, also wenn ich das finde, weil ich jetzt würde es so vielmehr, weil ich auch nicht mehr beides habe, weil ich dann auch nicht mehr verwendet bin. Vielen Dank.